Lucky, was hast du getan? Lucky! Hä, was? Was habe ich getan? Also, die Experimente mit unserem Hund sind fertig. Es wird Zeit für etwas Neues. Und zwar, da die Schule jetzt angefangen hat, gibt es ein paar coole Tricks für die Schule und für seine Freunde. Für unseren ersten Trick brauchen wir solche Rollkaugummis. Nein, für unseren ersten Trick brauchen wir unser Buch. Oh, Lucky, unser Buch ist da? Ja, genau. Da steht aber, nicht wie den Wiederverkauf und so bla bla bla. Hey, du stehst da drauf. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist ja ein Probedruck, deswegen. Aha, sehr cool. Schaut mal, Freunde, da bin ich. Ich habe da ein Dino-Ei in der Hand. Ja, das stimmt. Schauen wir mal weiter. Lucky, du störst ein bisschen. Ja, ja, ich pass ja schon auf. Hier war das ziemlich heiß mit dem Feuer. Lucky, du stehst auf dem Skorpion. Nein, nur knapp daneben. Ja, Freunde, und so geht das weiter. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch. Falls ihr Lucky unterstützen wollt, ihr könnt gerne euch das Buch mal kaufen. Der Link davon ist in der Beschreibung da. Und vorsichtig, Lucky, da hast du eine Wespe auf dem Rücken. Oi, das war kein so schöner Tag. Für unser Buch brauchen wir natürlich einen Ehrenplatz. So, wir stellen das heute mal hin. Unser beharrter Bonbon muss ein klein wenig zur Seite. Unseren Hund mit diesen scharfen Zähnen brauchen wir heute auch nicht. Also kommt er beiseite. So, als erstes öffnen wir unseren Klebeabroller. So, Klebeband kommt mal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Und unser Kaugummi. So, den müssen wir mal öffnen. Aha, da haben wir den ja. Den rollen wir ein klein wenig ab. Nein, du rollst da gar nichts ab. Hey, das war meiner. Ich habe es genau gesehen. Lucky, es ist ein kleiner Lifehack für die Schule. Nein, ist mir egal. Das ist mein Kaugummi. Ah, stimmt. Ja, ja, das war mein Kaugummi. Gib ihn mir. Lucky, warte mal. Du kriegst doch noch was ab. Mach dir keine Sorgen. Aber ich will den ganzen. Ja, dann kannst du gleich den ganzen essen. Okay, aber schnell. Ja, ich beeil mich. Ich rolle den hier mal so auf. Und so kann man dann Kaugummi in die Schule reinschmuggeln. Und dann hat man halt so einen Klebeabroller in seinem Etui oder an dem Tisch stehen und mit richtig leckerem Kaugummi bestückt. Aha, du meinst mit richtig leckerem Kaugummi von mir, ja? Ja, Lucky, von dir. Ähm, ich habe das Gefühl, als ob du es verfolgst. Ja, du hast gesagt, du gibst mir alles. Ja, du kriegst ja auch alles. Aber wann? Na, gleich. Nein, jetzt! Ah, dieser Lucky. Wir machen auch direkt weiter. Trick Nummer 2. Damit kann man seine Kumpels ziemlich gut reinlegen. Also, schaut euch mal an. Wir stopfen hier einfach ein Taschentuch und dann sagen wir ihm, schau mal rein. Und wenn er sein Gesicht neigt, dann spritzen wir ihm das Wasser ins Gesicht. Schaut euch mal an. Hier halte ich. Hey, du meinst. Hey, hast du mich angespuckt? Nein, würde ich doch nie machen. Das war einfaches Wasser. Das hoffe ich für dich. Und so geht das Ganze. Wir brauchen sauberes Wasser. So eine kleine Spritze. Da ziehen wir ein klein wenig Wasser auf. Ich werde es nicht voll aufziehen. Ein klein wenig reicht. So. Und so halte ich den. Und verdecke, dass man den nicht sieht. Und wenn der Kumpel mir gegenüber ist, sieht er da gar nichts. Er sieht nur, wie ich das Taschentuch reinstecke. Und da ist das Ganze. Und von unten drücke ich mir den Finger, damit das Wasser da rausspritzt. Je stärker ich drücke, umso stärker natürlich der Wasserstrahl. Ich finde, so ein Trick ist ziemlich einfach nachzumachen. Wir machen auch direkt weiter. Wir wollen natürlich ein paar unserer Freunde ein klein wenig pranken. Und ich habe hier Marshmallows. Das würde auch mit weichen Bonbons gehen, aber keinen transparenten Bonbons. Und als nächstes brauchen wir ein riesengroßes Glas. So wie dieses. Hey, das ist ja voll klein. Ja, für uns reicht das heute. So, ich befülle da Ketchup. Senf würde auch gehen. Mit Senf wäre das Ganze auch auf jeden Fall ziemlich lustig. Aber bei uns reicht heute Ketchup. So, ich denke der ein oder andere kann sich schon denken, was wir hier machen. So, ich ziehe so lange Ketchup auf. So. Hm, ich glaube der Becher ist doch ein klein wenig zu klein. Aber ich werde ihn jetzt nicht austauschen. Sondern ich werde da ein klein wenig mehr Ketchup befüllen. Und jetzt ziehen wir diesen Ketchup ein klein wenig in die Spritze rein. Eine Spritze kommt rein. So, das kommt da jetzt rein. So, wieso ich das Ganze mit der Spritze mache, ist natürlich damit man dieses Loch danach nicht sieht. Man könnte natürlich auch ohne so eine Nadel machen. Aber dann wäre das Loch ein bisschen etwas größer. So, wir spritzen da jetzt ordentlich Ketchup rein. Oh, ich glaube bei mir ist es ein bisschen viel. Es kommt sogar hinten raus. Wir wischen das Ganze mal weg. So, und ja, ich tue das Ganze ein klein wenig ab, damit man das nicht so stark sieht. Und hier auch noch ein klein wenig mit Aschtuch drüber. Und jetzt haben wir ein Marshmallow mit einer Überraschung drin. Und zwar Ketchup. Lucky, komm doch mal. Du wirst mich jetzt aber nicht wieder mit Wasser bespritzen, oder? Nein. Bist du traurig? Ein klein wenig. Ah, hier habe ich etwas als Aufmunterung. Aufmunterung? Ja, wir sind doch Kumpels, oder? Ja, gute Freunde. Guten Appetit. Und wir machen direkt weiter. Bäh, das schmeckt so eklig. Hey Lucky, das war Ketchup. Tomaten-Ketchup? Na klar, der ist gesund. Brrr. Neben Kleber, roter Lebensmittelfarbe, brauchen wir so eine Klinge. Diese Klinge werde ich jetzt in zwei Teile brechen. So. Aha, geklappt. Sieht doch schon mal gut aus. Und das, aber ich nehme vorsichtshalber eine Unterlage. Denn wenn man mit Kleber und Lebensmittelfarbe arbeitet, kann das Ganze hier ziemlich dreckig werden. Leider habe ich keinen Sekundenkleber mehr, sondern nur so ein. Das bedeutet für mich, es dauert viel länger beim Austrocknen. Hier werde ich das Ganze jetzt mit Kleber ein... Ui, ein bisschen viel rausgekommen. So. Eine Linie, das müsste reichen. Mhm. Und diese Seite kleben wir jetzt an meinen Finger fest. Hier oben. Jetzt muss ich das Ganze halt so lange warten. Wie gesagt, leider kein Sekundenkleber. Freunde, es ist schon ziemlich gute Zeit vergangen. Und mit Sekundenkleber würde das Ganze viel besser gehen und auch viel fester. Aber das würde dann natürlich auch viel schwieriger später von der Hand weggehen. Deshalb denke ich, wir müssen das hier abbrechen und mit etwas anderem weitermachen. Und zwar habe ich mir hier diese Nadel überlegt. Das Ganze wird auch auf jeden Fall ziemlich cool aussehen. Und ziemlich, vielleicht nicht ganz so lustig für Laki. Und ich habe vor, die jetzt hier so abzuknipsen. So, ein klein wenig drehen und immer drauf drücken. Super. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an. Hier kommt jetzt auf diese Seite Kleber. So, müsste reichen. Und das kommt auf meinen Zeigefinger auf die Innenseite. Dann muss es später, wenn ich loslasse, nicht so fest stehen, sondern es kann hängen. Noch ein klein wenig Kleber drumherum. Sieht gut aus. Also Freunde, ich muss mich schon ein klein wenig beeilen, denn nicht, dass Laki hier kommt und mich dabei erwischt, was ich hier mache. Deshalb, wir machen jetzt auch mit der anderen Seite, mit der Spitze. Das Ganze wird ein klein wenig schwieriger, denke ich. So, denn das muss so stehen. Und wie gesagt, dieser Kleber braucht einfach viel zu lange zum Ausdrucken. Ich muss das Ganze gleich so die ganze Zeit halten. Hätte ich bloß Sekundenkleber, dann würde das Ganze einfach viel schneller gehen. Naja. Also, viel Zeit ist vergangen. Und ich denke, die meisten von euch können schon denken, was ich vorhabe. Genau, das sieht so aus, als ob die Spitze durch meinen Finger durchgestochen hat. Und das ist auf jeden Fall ziemlich krass, nicht wahr? Jetzt kommt Lebensmittelfarbe. Die Lebensmittelfarbe, schaut mal an gleich, wie das aussieht. So ist es so ziemlich dunkelrot. Und das musste schon fast wie original aussehen. Ich habe es auch oben hinbekommen, dass da zwei kleine Tropfen drauf sind. Sieht umso realistischer aus. Naja, ich würde sagen, die Spritze ist ein klein wenig schief, nicht ganz gerade. Aber sieht doch gut aus. Also, was meint ihr? Würdet ihr drauf reinfallen, wenn zum Beispiel euer Kumpel zu euch hier rennt und sagt, ja, ich habe mir den Finger durchgestochen? Oder würdet ihr erkennen, dass es nicht echt ist? Lucky, Lucky, was hast du getan? Hä, was habe ich getan? Was ist das? Lucky, aua, das tut so weh. Was ist denn passiert? Oh, mir wird gleich schlecht. Oh, das ist ja cool. Wir haben tatsächlich geschafft, Lucky reinzulegen. Hey, ich finde, das sieht echt auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber natürlich, Freunde, mit solchen Spaß muss man auch ein bisschen aufpassen. Hey, zum Glück wusste ich, dass es nicht echt ist. Ach ja, woher wusstest du das? So ähnliches hast du ja schon auf deinem anderen Kanal gemacht. Das stimmt. Hey, aua, was soll das? Wie, aua, du spürst doch nichts. Na trotzdem, sowas macht man doch nicht. Freunde, falls ihr Interesse an diesem Lucky Bär Buch habt, der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung da. Und ich hinterlasse euch hier noch zwei weitere Videos, die könnt ihr sehr gerne anschauen. Und teilt dieses Video doch gerne mit euren Freunden. Falls ihr keine Freunde habt, abonniert den Kanal. Und wir werden Freunde. Bis die Tage. Ciao.